Hallo, bist du Unternehmerin, selbstständig oder im Network tätig? Wünschst du dir, dass du mehr Kunden hast oder mehr Teampartner und mehr Umsatz? Möchtest dabei aber gerne du selber bleiben. Du willst dich nicht verbiegen, du willst keine Maske tragen, dich verstellen oder marktschreierisches Marketing betreiben müssen. Du willst einfach du selbst sein und Sog erzeugen mit deiner Persönlichkeit und dadurch Kunden und auch Teampartner magnetisch zu dir anzuziehen, anstatt ihnen hinterherlaufen zu müssen. Wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich recht herzlich ein in meine Gruppe Authentisches Selbstmarketing für Selbstständige und Unternehmer. Dort bekommst du von mir jeden Tag ein kostenfreies Live-Video zu den verschiedensten Themen rund um authentisches Selbstmarketing. Also wie erzeuge ich Sog? Wie verkaufe ich auf smarte statt harte Art und Weise? Und wenn du sagst, genau das spricht mich an, ich will es leicht haben, ich will Magnetismus, ich will Sog erzeugen und ich möchte finanziell frei werden mit dem, was mir am Herzen liegt, dann bist du in dieser Gruppe Goldrichtig. Ich poste dir hier gleich drunter den Link und dann stellst du einfach eine Beitrittsanfrage und dann freue ich mich darauf, dich bald zu sehen.